Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Vorerst möchte ich ein recht herzliches Dankeschön sagen für die Einladung, die es mir ermöglicht, an dieser Eröffnung teilzunehmen. Und die es mir dadurch ermöglicht, ein Dankeschön seitens der Gemeinde an eine Gruppe von jungen Menschen oder jung gebliebenen Menschen in Weidnersee zu entrichten, die es sich zur Aufgabe gestellt haben, diese herrliche Sportstädte unter Mitwirkung. Und so weiter zu installieren, die große Entsorgungsgruppe, die Ortskanalisation mit Gäranlage. Um diesen Ort, erst für seine Bewohner, alles war ja für uns kein Geheimnis, auch in der Gemeinde nicht, dass uns eine Tänisanlage, eine Sportstätte in dieser Richtung, wie wir sie jetzt hier herrlichst vorfinden, wählt. Daher verstehen Sie vielleicht jetzt mein Dankeschön seitens der Gemeinde, des gesamten Gemeinderates an jene Gruppe von Menschen, die diese Anlage in Eigentlichen letztlich errichtet haben. Und so gesehen, möchte ich der Gemeinde recht herzlichen Dank sagen, und damit erkehre ich die Anlage letztlich auch geöffnet. Applaus Applaus Ja? 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 Nach diesem kräftigen Aufschlag von Herrn Bürgermeister, wo uns alle die Luft wegfliegt bzw. am Unterhofen wurde, würde ich euch bitte bitten, so ein Getränk zu schmeißen. Danke sehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.